Ja, ja, treib doch weiter. So, tick ihn an. Ja, so, tick ihn an. Das ist richtig. Jawohl, oben lassen. Nicht abkippen lassen. So. Das ist richtig. Treib. Gut, so. Treib weiter. Hoch das Kind. Super, langes Bein. Treib. Warum wirst du? Jawohl, oben lassen. Nicht abkippen lassen. Du musst dich da ein bisschen mehr am Bein auch mal durchsetzen, ne? Ja. Was? Tu es ja so, als wenn es anstrengend ist. Nein, du. Ich habe wohl heute einen schlechten Tag. Nein. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Hast du nicht. Es wird. Du siehst sie nachher wieder. Jawohl, so. Nochmal hoch. Wieder hoch. Treib weiter. Dahinten. Komm. So. Und außen nicht festhalten. Super. Wie ist so? Nochmal innen hoch und vor lassen. Ja. Rechts nicht spielen. Ja, innerlich nach vorne. Komm. So. Bleib links sitzen. Oberkörper zurück. Steigerblätter zurück. Zurück. Ja. Lehn dich nicht mit dem Oberkörper nach innen. Bleib groß und gerade. So. Das ist es. Jawohl. Oben lassen. So. Weiter, weiter, weiter. Ja. Und wenn du durchparierst musst du rein treiben in den Trab. Innerlich, innerlich. Nicht festhalten. Komm. Treib. Treib. Gas, 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 Gas. So. Das ist richtig. Jawohl. Und nicht wieder tief. Hoch. Hoch das Kinn. So. Ja. Lass ihn doch da oben traben. Und da oben nur klein bisschen aufhören. Und Handwechsel.